Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem Weltraumprogramm hier in Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir 48 Experimentpunkte gesammelt mit einem Flug, was der Hammer ist. Und ich würde diesmal ein, zwei Kleinigkeiten abändern. Warum? Wir haben Clamper-Drones. Und das heißt eine Sache, wir können kleiner und mehr Macht installieren. Und deswegen kommt dieses Teil hier weg fürs Erste. Und wir tun hier unten noch eine Schicht dran. Ungefähr gleich groß, gleich stark. Und die kriegt einen großen... War das der? Wollte ich den? Ja, den empfehle ich. Genau. Und dann tun wir hier... Nein. Einen Dekappler hin. Vier Stück. Und jetzt tauchen wir ordentlich auf die Cut-Cab. Vier von den heftigen Teilen. Die sollen uns komplett in den Weltraum pressen. Mit aller Gewalt, egal wie. Damit wir da oben schön rumfliegen und rumdümpeln können. Jetzt kriegen es alle noch schöne Hüte auf. So. Und dazwischen kommen noch ein paar Finns. So. Das ist nicht dann die Osiris 2. Wir haben ja noch keine neue gebaut. Solange wir sie erweitern, tue ich einfach immer die Version abändern. Wo ich ein bisschen Übersicht behalte. Und ich glaube, wir haben auch Energie bekommen, ne? Ne, haben wir noch nicht. Schade. Bestimmt, das hat er noch nicht freigeschaltet. Das wird jetzt nicht ein Heft... Scheiße. Ich habe schon wieder rausgetaubt. Das ist jetzt ein bisschen heftig, Jeraflug. Der wird ein bisschen weiter, ein bisschen höher gehen. Und uns ein bisschen an unsere, vielleicht sogar Grenzen bringen. Oh, ein Vorratsbehälter, ein kleiner. Eine gute Alternative zum Verhungern. Verhungern ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, was ich habe, aber bitte nicht mal, ne? Ich würde sagen, starten. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen heute. Ich bin da echt gespannt. Also, wenn wir, ja, wenn wir dementsprechend hochkommen, haben wir wieder viel Erfahrung. Wir müssen nur auf den Strahlungswert achten. Das ist auch ein Problem. Ich glaube, der Strahlungswert könnte uns am Ende eine Erweiterung in den Weltraum ein bisschen bremsen. Aber, erst mal wieder alles, was wir dabei haben, aktivieren. Hier, den Presumaten aktivieren. Hier, den Syrus aktivieren. Äh, aktivieren. Den Geigerzähler aktivieren. Unseren schönen Schleimschleimwand aktivieren. Und hier natürlich den Crewbericht aktivieren. Daten offiziell anzeigen lassen. Ich würde sagen, drei, zwei, eins. Die wird jetzt richtig flott. Ich hätte ja den Smoke-Tree, muss ich da noch vergessen. Den habe ich drunter vergessen. Was man natürlich machen könnte in diesem Fall ist, zwei aktivieren. Und dann halt wieder zwei aktivieren, weil so haben wir eine hohe Startgeschwindigkeit. Die uns extrem weit katapultiert. Man sieht es hier. Und wir fliegen gegen die Drehrichtung vom Kerl. Und die sind halt, die Leute nach da drüben. Oh, holy. Das war unerwartet. Die Kappeln. Okay. Das war eine Main-Fail-Function. Abdrehen und Vollboost zugeben. Das war scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir hatten zu wenig Kraft und sind nie mehr rausgekommen. Ich glaube, da war wirklich zwei, zwei Teilen gar nicht doof gewesen. War mein Fehler. Passiert mal. Ich glaube, da kann ich jetzt auch schlecht was dafür. Wir sind auf Kerlen hoch. Wir sind aus der Atmosphäre jetzt raus. Jetzt kann ich schon wieder Daten hin. Ja. Ja. Ich gehe auch gerade wieder viele Punkte rein. Ich glaube, wir kommen doch weit. Und jetzt gehen wir mal auf einen sehr narrowen Plan. Einmal schnell drehen. Das habe ich immer... Ich glaube, das bringt sich was, weil dadurch sozusagen du eine Rotation da hinten erzeugst. Die das Teil selber nicht mehr halten kann. Wahrscheinlich. Das ermittelt immer noch. Ich mag einmal kurz EVA schauen und ob wir da was... Ne, können wir nichts. Okay, schauen. Da hatten wir auf jeden Fall noch viele gesendet. Jetzt haben wir ein Kilo Daten. Ah, es hat sich beruhigt. Okay. Okay. Wie durch Get-Kammer extreme Strahlung ausgesetzt. Oh. Nicht so gut. Da muss da wahrscheinlich noch ein Shielding her. Das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal dann einbauen. Kommen wir bis zum nächsten Kontinent? Weltraum... Das Weltraum könnte man so zu messen scheinen. Alter, die Texte sind so lang, dass ich die nicht lesen kann. Gemeinheit. Wie weit sind wir gekommen, bitte? Ausrichten. Wie weit sind wir gekommen? Wir haben Magnetosphären-Scan schon gemacht. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's los. Zurück in die Atmosphäre. Shielding ist nicht da gewesen. Elektrischer Strom. Geht uns langsam flöten, aber bis dann sollte man schon am Boden sein. Dateien hierhin senden. Da wird nichts passieren. Oha. Was brennt hier ab? Die Antenne, oder? Na, hat sich gut gehalten. Sollte gleich auch die Trümmer, also dann sein Antrieb noch darunter kommen. Komm schon, bremsen. Bremsen. Komm schon. Bremsfallschirme öffnen. Hauptfallschirme öffnen. Jetzt bald sollte sich die Zeit gleich voll verkleinern, weil der so auf uns zurast. Landen wir... Wir haben Wüste, glaube ich. Das habe ich sonst fast nie geschafft, in der Wüste zu landen, weil ich immer so weit weg war. Ich weiß nicht, dass ich immer zu doof war, hinzufliegen. Und wir landen eiskalt in der Wüste. Kommt das wieder, oder ist das so gebremst jetzt? Ich weiß es nicht. So. Ah, jetzt kommt's. Das wird woanders landen, als wir. Jetzt hat sich der Hauptfallschirm auch geöffnet. Ah, perfekt. Ich liebe dieses Spiel einfach. Diese Möglichkeit, die man... Wo fliegt's denn? Da, da. Sieht ihr's? Jetzt ist's? Jetzt ist's? Und... Willkommen in der Wüste. Meine lieben Freunde. Wir haben es geschafft, mal in der Wüste zu landen. Keine schlechte Sache. Jetzt kriegen wir dann noch ein paar Extrascansdaten hierhin senden. Kriegen wir doch noch was Neues. Oh, Batterie fast leer. Wie viel sind's noch drin? Noch nicht mal 20 mehr. Schnell landen! Ich würd gern aussteigen und die Bodenscans noch machen. Schnell und EVA. Loslassen. Aussteigen. Nein. Ach, scheiß. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. EVA. Was ist los? Kann ich... Bitte sag, dass das geht ja. Wurflingenscans schnell machen. Jetzt geht's hier noch was Neues. Das war jetzt das, was ich gehofft hab, dass es noch geht, weil... Alter, wir haben so viele Punkte jetzt schon wieder. Ein paar Extras, schauen wir jetzt, bis wir leer sind. Bis wir komplett vom Strom auch leer sind. Oh, elektrischer Strom ist schon leer. Dann soll ich... Hoch! Nicht erwartet gewesen. Und? Bitte wieder viel Punkte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ich seh's ja. Ich weiß, wie viele ich da... Insgesamt an Daten hatte. Es waren viele. 50! Heck hier! Alter, geil. Suborbitaler Flug. Und jetzt können wir doch... Sollen wir? Das ist jetzt so die Frage. Flugzeug nehmen und mehr erforschen? Heftigere Antriebe? Oder Strom? Mit dem wir dann mehr forschen können, auch mal gelandet bleiben können? Komm, da drauf. Das tut uns so viel freischalten. Hier die Möglichkeiten, die wir haben. Hier diese modularen Fächer, wo wir dann alles einpacken können. Kohlenstiefel, Sauerstoff und alles. Das bringt uns so viel alleine. Hier ein Luftfilter, hier ein Lebenserhaltungsrecycler. Der ermöglicht uns dann halt wirklich weit zu fliegen. Was wir jetzt aktuell noch nicht unbedingt so gut können. Und der Clampertron? Der wird, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Eine High-Gain-Mikro-Geräts. For those tiny Rovers that need the phone all the way home. Touchtone, Telephone not included. Rover, Antenna make efficient lower power. Aha. Der ist für extra für Rover gedacht, okay. Da ist der Monitor, der Schleim. Ich glaube, also die zwei Sachen wären interessant. Weil hier ist zum Beispiel das Photovoltaik-Teil dabei. Brauchen wir da nicht noch die Basis hier? Die, ah, Experiment-Überwachungsstation. Interessant. Und hier ist Multipractal Scanner. What? What the frick? Wir wissen dann eh schon, was wir alles noch haben. Was ist das Habitation? Ah, das ist ein Habitation-Module. Okay. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, nutzen wir aber auch gleich mal das Neue. Weil wir könnten jetzt einen weiteren... Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen, wäre das genial. Also neben dem, dass die Teile hier natürlich sehr effizient waren, müssen wir einen anderen Plan machen. Wir müssen eine zweier Stage machen. Dich und dich. Oder die zwei. Ihr beiden seid die Ersten, die fliegen. Ihr beiden aktiviert euch dann sozusagen da. Genau. Passt perfekt. Es sollte hoffentlich so funktionieren, wie ich es erhofft habe. Und dann haben wir mehr Energie für alles. Wäre genial. Wäre genial. So, aber... Wir haben doch diese schönen Energieteile jetzt. Haha. Nehmen wir da eben, dass wir hier noch eine Brennstoffzelle einbauen können. Ich glaube, die hält ja voll viel Energie, oder? 800 gespeicherte Ladung. Wird zwei von denen hier, oder eine von denen hier wenigstens verbaut. Hält uns schon mal ein bisschen energiemäßig oben. Nein, da will ich keine... Nein. Ah, verdammt. Wieder zu weit. So, eine hier hin. Und eine hier hin. Volles Hightech-Modul schon. Jetzt haben wir insgesamt 300, mehr als 300 aktiv. Und haben 800 noch auf der Spannung liegen. Wie viel ist denn da dann drin? Wie viel ist da drin? Hallo? Da siehst du das Entladung schon, oder ist das was anderes jetzt wieder? Carried by Kerbos. Container mit Brennstoffzelle. Da würde mich interessieren, was drin ist, halt, ne? Aber ich würde sagen, wir probieren die, das ist die verbesserte, bedeutet das ist die V1, V2, 1 wiederum. Wir speichern die ab. Und starten. Ah ne, warte mal, schau mal schnell. Wissenschaft. Da wird sicher was anderes freigeschaltet. Wir könnten den Scanner mitnehmen. Das kostet uns halt. Wir nehmen den mit. Wir können dann die ersten Bodenaufnahmen starten. Speichern. Ja. Und wir starten das Ganze. Wenn das funktioniert. Oh Gott, ich liebe es, wenn es funktioniert. Wenn das funktioniert. Wir kommen hoch, scannen den Weltraum. Und gehen dann wieder auf Landeanflug. Das wäre eine geile Sache. Am besten wäre ein Flug um den, um den Äquator rum. Also wirklich einmal orbiten. Ein Nachtstart, okay? Kerb, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Take off. Na, ein bisschen schwerer. Wir sind nicht mehr so schnell. Ah, schau mal, ich finde das Spiel schaut fürs Alter und für die Engine, wie es eigentlich aufgebaut wird, extrem geil immer noch raus. Ich kann mal auch da reinziehen, dann müsste ich flitter. Vielleicht schauen wir uns auch in Zukunft wiederverwendbare Raketen zu bauen. Das wäre cool. Das habe ich noch nie geschafft in dem Leben. Wirklich 100% wiederverwendbar. Ohne Sachen, die man wirklich verliert oder kaputt macht beim Landen. Okay. Perfekt. Genauso brauche ich das. Also so können die uns nicht auf uns draufknallen, auf einen Schlag. Obere Atmosphäre erreicht. Oh, jetzt kommen wir schon in die heißen Geschwindigkeiten sozusagen. Man sieht fast gar nichts aus, außer den hellen Strahl. Jetzt sieht man irgendwas. Da muss der Mann. Schaut mal. Da wollen wir irgendwann hin. Ich werde es ja hier als Milky Way mitzinein machen. Oh, jetzt wird es Richtung heiß. Mal kurz warten, bis wir ein bisschen runtergekühlt sind. Jetzt. Und gleich Gravity-Tür in volle Wäsche anführen. Und gleich Gravity-Tür in volle Wäsche anführen. Wie schaut das auf der Karte aus? Wir dürfen bloß nicht so viel verbrauchen, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das wäre scheiße. Okay, X. Ich glaube, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Und jetzt werdet ihr euch ärgern, weil jetzt seht ihr nichts. Wir müssen erstmal den Scan aktivieren. Wir müssen unsere Barometer aktivieren. Wo ist es denn alles da? Da. Das Problem ist, ich sehe es ja auch nicht. Also ihr müsst euch nicht darum ärgern, dass ihr nichts seht. Sondern ich sehe genauso wenig wahrscheinlich wie ihr. Ich versuche gerade hier nur an den schwarzen Punkten zu erkennen, wo wir sind. Daten ansehen. Der Weltraumschleim arbeitet noch fein. Jetzt müssen wir uns, können wir uns schon, geht das schon? Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Wir können uns drehen. Vier Kräte, jetzt haben wir schon die Sachen nach unten geschickt. Nice. Schauen wir mal auf die, was ist das? Ah, das ist unsere, unsere Wiederaufladung. Wie schaut es mit dem Strom aus? Wo ist denn der jetzt wieder? Elektrischer Strom. Der hält sie noch gut. Okay. Also unser Tom schaut gut aus. Wie schaut unsere Karte aus? Sind die ersten Bilder eingetroffen, meine Freunde? Und? Ach, das ist die runde Karte wieder. Können wir hier zum Beispiel mal, nee, Wegpunkt. Da sehen wir auch, wie wir fliegen rein theoretisch und alles. Jetzt seht ihr nicht, dass wir hier scannen. Das ist unser Scanbereich mit unserem, mit unserer Oberfläche. Und den Bereich scannen wir jetzt für unsere Karten. Da scannen wir Höhe, Terrain und alles. Und in Zukunft haben wir viel stärkere Systeme, mit denen wir auch dann scannen können, wo gibt es Wasser, wo gibt es das und das. Und das werden wir halt in der Zukunft sehr, 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 sehr viel brauchen. Wir scannen jetzt mal, spulen mal hier vor. Ah, ich habe das Shielding wieder vergessen, scheiße. Jetzt schießen wir einmal wieder mit voller Wäsche, mit dem Teil hier. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben noch 1300 in der nächsten Schicht zur Verfügung. Schicht um Schicht schießt jetzt um das Teil rum und wir scannen ganz gemütlich die Oberfläche. Was ich cool finde halt, dass du wirklich siehst, was du gerade scannst. Weil es für einen halt auch interessant ist, okay, wo scanne ich gerade, wie, was, wie. 700. Bald müssten wir... Geringe Auflösung. Ah, das sind die Daten, die da noch rausgehen, oder was? Yes. Umlaufbahn. Erreicht. Wir sind original. Das erste Mal mit unseren Kerbals in eine Umlaufbahn. Das dürfen wir bloß nicht dann sozusagen aus den Augen lassen, wie lang unsere Batterie hält. Deswegen aktiviere ich das jetzt mal. So, stopp. Jetzt müssen unsere Kondensatoren ran. Der hier. Und Ladung. Der lädt jetzt wieder auf. Hat der jetzt alles rausgeschossen? Das war jetzt aber nicht der Plan, dass du alles in die Luft schießt auch. Weil jetzt reicht es ja niemals aus, um an die Sonnenseite zu kommen wieder. Scheiße, okay, wir müssen landen. Der Plan ist so nicht aufgegangen, wie ich es wollte. Bremseleitung einleiten. Wir müssen wieder schnell zum Boden zurück. Das könnte jetzt unser Tod nicht sein. Scheiße. Hofft ihr das Beste, Leute. Das könnte unser erster Tod sein. Wir sind bei fast null. Der Kondensator hat sich selber leer gepumpt. Scheiße. Scan ausschalten, Scan ausschalten. Das könnte uns noch viel sparen. Scan. Scan ausschalten. Oh, Scheiße. Jab, es tut mir echt leid. Aber ich glaube, du stirbst. Die Lebenerhaltungssysteme sind alle weg. Der hat alles, was er hat, reingepumpt. Ohne, dass ich das eigentlich wollte. Jab wird unser erster großer Verlust in diesem Krieg sein. Werkt die, die wir in die Fallschirme, damit wenigstens die Kapsel landen kann. Jab, bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Ich weiß, wir haben eine schwere Zeit hinter uns, Jab. Jab, aber bitte, wenn du mich hörst. Mit Waffen. Du kannst es schaffen, wieder auf die Erde zurückzukommen. Jab. Er lebt noch. Und wir sind in der Atmosphäre. Bremsung eingeleitet. Heißt das gerade echt, dass wir überleben mit Jab? Ich hätte es nicht geglaubt, ne? 2000 Meter noch bis zum Sieg, Leute. Oh Gott. Wie? Ich bin grad echt irgendwie sprachlos. Ich hätt echt gedacht, dass wir den verlieren gerade. Mit seinem Stöppelbärtchen. Aber es hat irgendwie besser geklappt, als geplant. Tonnenweise Sauerstoff, Wasser und Nahrungsschiff haben wir auch tonnenweise noch. Das hat der so gut überlebt. Ich bin grad irgendwie echt baff, weil ich das nicht geglaubt, nicht glauben konnte. Wir waren noch ewig lang da oben in der Umlaufbahn. Vor allem, dass das einfach auslädt, volle Wäsche ist auch gemein. Wir haben es geschafft. Der beinahe Tod wurde überlebt. Jetzt schauen wir mal, wie viel das Jab gebracht hat. Ob Jab für seine Anstrengung belohnt wird in diesem Fall. Ich hoffe es für ihn. Er hätte es sich verdient. Er hätte es sich echt verdient. Oh Gott, das war jetzt was. Und? Wir haben nichts gesammelt. Nichts. Wir sind grad mal bei 16 Punkten. Hä, haben wir nicht mehr gesammelt? Ja toll. Ja. Dann haben wir aus dieser Erfahrung einiges gelernt. Mehr Strom mitnehmen. Bessere Kondensation am besten auch. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ihr ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ah, stopp. Bischof, wir gehen. Haben wir denn was scannen können? Wir haben ein klein bisschen auf unsere Karte hier. Jetzt ist es wieder weg. Alimitrisiert man es, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst du mir deinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. Everything changes. Outro